und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity wir versuchen hier irgendwie einzurwischen das ist echt scheiße ich laufe einfach mal hier dran vorbei damit ich nicht kriegen kann ganz kurz hatte ich ihn ganz kurz da war er rot markiert so läuft das und weg damit verdammt jemand hat mich schnell erwischt einen Moment mal was hast du gesagt ein was dachte ich mir doch er hat nur genug Schuld oh wie er zittert vielleicht lieber was war das das war knapp er hatte mich denn da gesehen noch zusätzlich ich verschwende hier nur meine Zeit da hast du recht ist da irgendjemand nein auch nur durch das Fenster zurück zum Laden oh nicht meine beste Idee aber na so der ist weg hey der hat mich sogar erwischt ja das blöde ist wenn ich schlage kann ich mich gleichzeitig ausweichen weiß echt nicht nein Halt den Töter! Was rappelt der denn da oben rum? Ich komme gleich zu ihm. Keine Angst. Oh! Stöhnt doch hier nicht so rum. Wie stehts? Oh shit, ich bin bei 4. Das hat grad richtig viel Medizin gekostet. Meine Aktion. Aber jetzt sind hier nicht mehr so viele Wachen. Ah, hier hätte ich... Das wäre wahrscheinlich dann besser gewesen. Naja. Nachher ist man immer schlauer. Guck mal her. Guck mal her. Putt, 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 putt. Nur noch ein kleines Stückchen. Sooo. Ja, die hätten das so machen müssen, dass, sobald man entdeckt wurde, man das dann gar nicht mehr machen kann. Aber... Solange da nichts war... Solange ich nicht rausgeschlagen werde, kann ich das bei dir machen, der da her rankommt. Ist... Aber okay. Hier war die Tür, die ich nicht öffnen konnte. Hier dürfte ja kaum noch eine Wache sein. Hier wäre dann wieder eine Abkürzung. Wahrscheinlich um gewisse Wachen zu umkehren. Die hier nicht... Ah, doch. Exist hier noch. War auch nur eine. Ja, der Rest wahrscheinlich drunter gerannt. Ach ne, da ist noch einer. Tut mir leid. Wollte dich nicht benachteiligen. Wow! Das waren alle. Okay. Zeit von hier zu verschwinden. Mission geschafft. Halt, ich bin ja zweimal gestorben. Das ist aber bis jetzt die schnellste Mission, die ich geschafft habe. Bei den ganzen anderen habe ich um einiges länger gebraucht. Jetzt nur die Frage, wie... Ich kann ja nicht nach draußen hin verschwinden. Obwohl... Na klar kann ich das. Hier war doch... Hier konnte ich doch... Ah, wo war das denn? Hier nicht? Das war... Ich hätte ja gesagt... Da ich dann einen anderen Weg hätte nehmen können. An dem ich denn nicht so kripiert wäre. Kripiert bin ich ja nicht, aber... Beinah gestorben. So. Die Geheimnisse von Paris haben Österreich nicht erreicht. Gut gemacht. Ja, nur eins bekommen und auch nur zwei von fünf. Irgendwie reicht das für, dass man das öfters machen muss, damit man alles bekommt. Oder es hängt wirklich mit der Zeit und wie oft man stirbt ab. Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe die eine Mission jetzt gemacht. Und wenn ich dann alles haben will, mache ich das Offscreen. In den Bezug hin. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich jetzt schon habe. Es dürften aber nicht so viele sein. Ich hoffe, man sieht gerade nicht das Skype-Symbol. Jetzt ist es weg. Ich hoffe, man hat sich gesehen. Wenn ist es ja nicht so schlimm, da sowieso gerade nichts passiert ist. Sag ich jetzt einfach mal so stumpf. Daher. Hier habe ich auch schon verdammt viele Sachen aufgedeckt. Wunderschön. Hier habe ich... Ah, hier ist wieder die Mission, die irgendwie nicht geklappt hatte. Ja, dann hole ich mir das hier noch. Dann das hier. Und dann sind wir hier mit dem hier durch. Ich denke, das wäre es dann auch für die Folge. Ja, dann haben wir in der Aufnahme auch wieder was Schönes geschafft. Ein ganzes Gebiet. Wir haben... Zwei... Wir haben wieder... Fast überhaupt keine Aufmerksamkeit geschafft. Obwohl... Zwei... Zwei bis drei Stück haben wir noch geschafft, glaube ich. Weil ich... Weil ihr mir egal seid. Lalalala... Sieht richtig geil aus, wenn er das macht. Lalalala... Sieht richtig geil aus, wenn er das macht. Einfach nur hammergeil. Die... Die will ich ja nicht töten, sonst... Sonst, ne? Weil töte ich ja meine eigenen Verbrech... Äh... Meine eigenen... Heldentaten. Das ist ja... Der Schwachsinn. So wie ein richtiger Arsch, einfach. Keine bösen Leute töten, bevor sie etwas Böses tun. Jetzt kann man ja später nicht als Hate dastehen. Das wäre ja voll blöd und so. Alter... So... Ja, ist wieder die gleiche Dusi. Aber ich hoffe diesmal klappt es. Eine Reihe... Reihe erfolgreicher Duolanden besiegen. Ich bin Chevalier Deon. Ja, wie mach ich das? Fechtmeister, Diplomat und manchmal Spion. Lasst euch durch meine Aufmachung nicht täuschen. Ich ziehe es vor, mich in Frauengewänder zu kleiden. Es ist ein wenig irritierend. Ihr seid ein Assassine. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Doch zuerst möchte ich sicherstellen, dass ihr der Richtige dafür seid. Mehrere Schwertkämpfer werden euer Geschick testen. Dann fordert sie alle heraus und vergießt erstes Blut. Und passt auf, dass ihr nicht auf mein Kleid tretet. Und nun? Ich versteh das nicht. Wo ist er hin? Oh! Ich versteh die Quest einfach nicht. Soll ich irgendwie welche umnocken? Oder... Irgendwie... Ich hab doch keine Ahnung. Was ist das denn für eine beschissene Mission? Häh! Hatte ich das gereicht? So, weg damit. Uuuh! Uuh! Uuh! Hatte ich das? gereicht. Hat es das? Hat es das? Hm? Natürlich nicht. Wie ist das denn auch? Wo ist denn hier überhaupt? Ah, hier hinten ist er. Okay. Ach, mir fehlen nur 8 Schatz zu. Aber dafür habe ich jetzt... Ja, oh, und 3 Missionen. Okay. Ja, gut, da ist dann alles mit der Welt hier im Zusammenhang. Bei der ich ja die Mission nicht weitermachen kann. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an einem Gebiet, in dem ich noch freigeschaltet habe, oder ich übersehe irgendwie einen Punkt, dem ich folgen muss, aber ich sehe hier weder das eine noch das andere. das ist echt ärgerlich. Hm. Jetzt versuche ich noch, den Aussichtspunkt dieser Folge hinzubekommen, und dann werde ich mal schauen. Entweder mache ich da einen Aufnahmen-Cut oder einen Folgen-Cut. Weil wenn er in der nächsten Folge heißt, wir kommen zurück zu einer neuen Aufnahme, und dann bisher für weise ich mich entschieden ab. Oh. Ich habe, äh, das nächste Sternzeichen gefunden. Also werden wir in der nächsten Aufnahme auch wieder ein Sternzeichen, ähm, uns holen. in der nächsten Aufnahme bitte nicht sehr laut. Wir tobt ja wie ein Änderer. Na, 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 und ein neues... Ah, ja, wir werden in der nächsten Aufnahme wieder sehr vieles machen können. Na, ja, super. Soll ich da hinkommen, ohne zu sterben? Hoffentlich, ja. Schon da hoffentlich klappt das jetzt auch. Na, hier wird mit Sicherheit ein Hauptfest, ähm, auch folgen. Das sieht ganz... Da ist definitiv ein Hauptfest- Gebäude. Das sieht man auf jeden Fall. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Das ist ja... Nein... Scheiße. Fuck. Das soll jetzt... Das kann doch nicht sein, dass das jetzt alles umsonst gewesen ist. Hm... Äh... Äh... LOL... Versuch's mal hier. Vielleicht hab ich hier mehr Glück. Ja... So, noch ein Stück. Noch bin ich nicht höher. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt bin ich höher. Naja, okay, gleich hoch. Jetzt bin ich höher. Oh, wer wurde da erschossen? Ich weiß nicht. So... Und zack. Nur noch ein Stückchen. Nur noch ein kleines Stückchen. Das schaff ich. Ja! 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 Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.